herzlich willkommen meine lieben zu meinen tipps und tricks wie ich zu 1000 abonnenten auf youtube gekommen bin ich hatte es euch angekündigt vorige woche dass ich ein video dergleichen machen möchte für euch für all diejenigen unter euch die eben vielleicht mit dem gedankenspielen auch einen youtube-kanal irgendwie sich zu erstellen um eben inhalte hochzuladen oder ihr eventuell schon dabei seid und es nicht so ganz rund läuft oder ihr dennoch einfach wissen wollt wie ich es geschafft habe meine lieben ich habe mir zehn punkte aufgeschrieben die ich mit euch jetzt durch gehe und dazu bisschen was erkläre und ich hoffe dass es euch hilft mir hat haben diese punkte auf jeden fall sehr gut geholfen dass ich meinen blick auf mein ziel irgendwann mit youtube auch geld verdienen zu können eben nicht aus den augen verliere und deshalb wünsche ich euch jetzt viel spaß und los geht's mein weg zu 1000 abonnenten auf youtube meine lieben punkt eins leidenschaft die leidenschaft ist unglaublich wichtig ihr solltet wenn ihr ein gewisses hobby habt oder wenn ihr wie ich beispielsweise ein leidenschaftlicher pc spieler seid solltet ihr euch natürlich eine nische irgendwo suchen auf youtube natürlich gibt es let's player wie sand an mehr es ist ganz klar es gibt aber auch solche und es gibt solche und ihr solltet einfach darauf achten so habe ich zumindest gemacht nachdem ich eine unglaubliche große bandbreite an spiele genres oder an rubriken irgendwo hier auf meinem kanal eben euch zur verfügung stelle mit videos dass ihr ja dass ihr eine nische findet vielleicht in einem bestimmten spielebereich in einem bestimmten hobbybereich oder so wo ihr dann wirklich sagt das ist absolut meine leidenschaft ja nicht nur das mag ich gern oder das finde ich ganz okay sondern das muss wirklich eine leidenschaft sein dass ihr euch da voll reinhängen könnt weil es einfach geil ist ja das ist das wichtigste punkt 1 punkt 2 ist die authentizität bleibe du selbst meine lieben bleibt bitte wie ihr seid es bringt gar nichts natürlich könnt ihr irgendwelche idole haben ja ich möchte so gern sein wie punkt 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 natürlich jeder kann sein sein ziel irgendwo haben oder sein sein kein fan von irgendwas sein absolut aber ihr solltet schauen dass ihr euren eigenen weg findet dass sie authentisch bleibt dass ihr euch nicht verstellt dass sie nicht etwas den zuschauern preis gibt was ihr eigentlich gar nicht seid erstens mal eure zuschauer werden es merken werden eventuell komisch darauf reagieren werden eventuell ja deutlich kritisch darauf reagieren dass sie euer video abwerten und ihr habt dann einfach so ein unruhepool drin das wollte nicht also bleibt einfach wie ihr selbst und eure zuschauer werden es euch danken das fisch verspreche ich euch punkt 3 ist der fokus mein leben versucht wenn ihr noch nicht so viel erfahrung gesammelt habt wenn ihr von einer kamera aufgenommen werdet auch von einer webcam oder von einer besseren kamera das ist total egal versucht immer mal wieder in Richtung kamera zu gucken ja viele youtuber und auch ich wo ich angefangen habe war der blick meistens auf den monitor gerichtet oder auf die tastatur oder was auch immer versucht immer mal ein bisschen wieder den blick in die kamera zu richten eure zuschauer mögen dass sie fühlen sich dadurch angesprochen sie ja es macht einfach spaß und letztendlich ist es für den zuschauer natürlich auch unglaublich interessant wie er auf die eine oder andere situation reagiert wenn ihr sterbt beim spielen wenn ihr ausrastet oh mein gott natürlich dürft ihr ausrasten ja ihr müsst für euch überlegen erstens mal was möchte ich für eine zielgruppe haben und natürlich müsst ihr da kommen wir jetzt zum vierten punkt ihr müsst gucken dass ihr nein zum dritten punkt noch ihr müsst natürlich auch ein bisschen gucken was ihr für eine sprache verwendet ja das ist euch überlassen es ist eure sprache oder euer sprach fluss oder euer sprach jargon aus diesem bildet sich eure zielgruppe ja müsst ihr müsst ihr selber abwägen wo ihr hin wollt punkt vier meine lieben ist die qualitätssicherung ja selbstverständlich mach ich nach wie vor ist doppelt arbeit aber ist unglaublich wichtig wenn ihr anfangt videos zu machen dass ihr euch einfach mal aufnehmt dass ihr einfach mal ein paar testvideos macht nicht gleich das erste video hochlädt und und sagt ja jetzt fange ich an mit youtube jetzt starte ich voll durch nein auf gar keinen fall ihr macht testvideos von euch wie 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 wirke ich in der kamera wie oft schaue ich zur kamera wie ich mal wie ist mein sprachfluss versteht man mich gut macht es euch selbst spaß eure eigenen videos anzugucken das ist auch ganz wichtig nur wenn ihr wenn ihr irgendwo etwa wenn ihr euch selber im video einfach anguckt öfters anguckt und sagt nicht so oh das ist mir jetzt peinlich und oh gott was habe ich denn da für eine stimme dann kann man immer noch so ein bisschen was an den mikrofoneinstellungen natürlich ändern selbstverständlich über obs aber ihr solltet freude haben wenn ihr euch selbst ein video von euch anguckt das ist ganz wichtig und das ist im grunde die qualitätssicherung die ihr nach wie vor immer abgeben müsst bevor ein video auf youtube hochgeladen wird und dann veröffentlicht wird sollte es einfach ein video sein wo ihr sagt das schaue ich mir gerne an das bin ich solltet auch kritisch bleiben unbedingt auf die ganzen sachen gestik mimik einfach auch achten wenn zu viel stotterer drin sind oder mein gut wenn wenn es natürlich jetzt ein video ist wo irgendwie ein ein outtakes video oder so weil dinge die beim drehen schief gelaufen sind und sowas mögen die leute immer gern sehen das könnte dann separat machen aber wenn es um sich um irgendeine feste sache handelt die ihr gerade spielt oder mit der euch gerade beschäftigt solltet ihr einfach gucken dass ihr ja dass der sprachfluss der redefluss einfach gut ist dass der blick zur kamera immer präsent ist dass er da ist ihr sollt nicht in die kamera stieren starren da fühlt sich der zuschauer eher bedroht und denkt hey was ist mit dem typ los sondern immer mal wieder zur kamera halt gucken so wenn euch das video dann gefallen hat das was ihr seht könnt ihr es hochladen wenn es euch nicht gefallen hat dann löscht das und macht es neu ja also ich habe wirklich teilweise videos manchmal gehabt da musste ich acht neun mal anfangen ihr kennt es vielleicht die ein oder anderen wenn man dann diesen willkommenstext macht und sich dann wieder verspricht und dann verspricht man sich an einer anderen stelle das ist dann wie so ein hexenkessel egal wir machen es einfach wieder neu und irgendwann wird es uns gelingen ihr braucht auf jeden fall geduld meine lieben macht keinen druck 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 macht eure videos kaputt druck lässt euch komplett in eurer authentität falsch erscheinen bleibt locker egal mache ich halt noch mal ein video es wird schon ja bleibt locker bleibt fokussiert dann kriegt ihr das hin das weiß ich Punkt 5 Thumbnails ich habe jetzt aus meiner vergangenheit ich habe grafik design in einer in einer kleinen rubrik sage ich mal früher mal in verbindung mit einem filmprojekt mit mit ja mit dem mit dem medium film habe ich halt mal gelernt äh ist aber alt ganz alt eingerostet und ich musste mir einige sachen über über photoshop einfach wieder aneignen aber es gibt ja so viele youtube videos über photoshop oder über gimp kostenlose software beispielsweise ähm wenn ihr eure Thumbnails erstellt könnt ihr auf eine vielzahl von kostenlosen tools zugreifen oder ihr macht halt wie wir ich habe damit jetzt kein problem monatlichen abo habe ich bei adobe abgeschlossen um eben mit photoshop arbeiten zu können und eben dann auch im schnittprogramm mit adobe premiere pro es finde ich nach wie vor ich habe das gelernt damit zu arbeiten und ich finde super ich würde jetzt auf kein anderes schnittprogramm eigentlich umsteigen wollen und dann müsst ihr ein bisschen was investieren aber ihr habt ein super produkt und ihr müsst einfach bei euren Thumbnails wirklich darauf achten dass ihr den Inhalt den euer video präsentiert muss auf dem Thumbnail zu sehen sein ja dann da ich mache es meistens so wenn ich irgendeinen let's play mache oder so wie wie beispielsweise jetzt bei diablo oder so dass ich natürlich muss das logo drauf natürlich muss der charakter drauf natürlich müsst ihr mit mit aufmerksamkeit generierten texten arbeiten ja ihr müsst mit texten arbeiten die einen gewissen blickfang dem zuschauer bieten beispielsweise bei boulevardzeitungen ja ihr kennt eine gewisse boulevardzeitung ich werde den namen jetzt nicht nennen jeder weiß um welche zeitung es sich aber dreht und da könnt ihr euch im grunde das könnt ihr euch ja abgucken ja wie gestaltet derjenige diesen artikel welche überschriften nimmt er in welcher größe nimmt er die wo wo platziert er diese überschriften dass dieses Thumbnail einfach eine gewisse aufmerksamkeit erzeugt und den zuschauer oder denjenigen der halt dieses Thumbnail sieht zu einem klick verleitet nach wie vor ist aber auch wichtig er sollte dass das das bild sollte mit dem inhalt des videos schon auch was zu tun haben sonst spricht man von dem sogenannten clickbait dass sie im grunde nur klick zahlen ähm äh sozusagen generieren wollt und das kommt bei manchen leuten nicht so gut an beziehungsweise es kommt eigentlich bei niemandem gut an weil ähm die leute wollen ja den inhalt sehen und wollen jetzt nicht von einer von einem geilen bild geblendet werden und dann ist das video aber äh tut sich über eine ganz andere thematik irgendwie dann äh ähm behält sich dann ganz anders das das wäre ziemlicher blödsinn ähm so punkt 6 video veröffentlichen ich würde euch empfehlen ich habe am Anfang viel zu viel gas gegeben oh mein gott wenn ihr auf die äh knapp zweieinhalb jahre wo ich jetzt youtube mache die fast tausend videos mal gegenrechnet dann kommen wir hier im schnitt ähm auf über ja auf fast zwei videos ein bisschen mehr sogar zwei videos pro tag bei sieben tagen die wochen bei 365 tagen im jahr es ist zu viel meine lieben macht euch nicht den stress ich weiß am anfang wir wollen alle vollgas geben ähm ihr müsst nicht so viele videos machen ihr ich bin jetzt mittlerweile auf dem trip so dass ich sage ach man kann auch mal drei vier tage gar nichts machen ihr könnt ja im voraus auch produzieren bei youtube und dann über die veröffentlichung über den kalender ähm youtube im grunde sagen dann an dem tag um die und die uhrzeit soll dieses video veröffentlicht werden ja das mache ich nach wie vor auch weil wir dann uns einfach auch einen gewissen freiraum schaffen wo wir beispielsweise mal vier tage urlaub machen und gar nicht am computer hocken ja ganz wichtig ihr solltet ähm euch einen gewissen ausgleich irgendwo suchen sei es dass ihr spazieren geht sei dass ihr mit dem hund spazieren geht sei dass ihr raus geht dass ihr sport macht dass ihr ins kino geht dass ihr in urlaub fahrt und dann bleibt der rechner einfach aus ganz wichtig ist wirklich wichtig so ähm alle zwei tage ein video ist gut ist gut für den algorithmus ähm es ist eine erfahrung die ihr nach und nach automatisch macht ich kann euch jetzt das ans herz legen dass ihr nicht zu viele videos macht und ich wette die hälfte von euch machen trotzdem viele videos ich hab's auch nicht anders gemacht ähm aber ihr kommt irgendwann auf den Trichter dass das gar nichts bringt ja und ähm was auch ganz sinnvoll ist wenn ihr dann ein video auf youtube hochgeladen habt dass ihr in die video beschreibung geht und dass ihr euch wirklich hashtags ähm sucht also im grunde angefangen mit Hashtag und dann einem gewissen titel der auch ähm mit dem spiel als solches was zu tun hat und dann seht ihr schon über youtube studio dass es sozusagen ähm diesen Hashtag oder diesen kanal irgendwo gibt und dann wird im grunde nur dieser kanal name angegeben ja oder dieser Hashtag der wo wo ganz viele videos auch mit diesem Hashtag irgendwo in Verbindung gebracht werden das ist ganz ganz wichtig und dann äh sorgt das auch dafür dass euer video einfach öfters auch gelistet wird und wenn das eben am anfang oft gelistet oder oft geklickt wird von den leuten dann habt ihr die möglichkeit wenn die klickrate über vier prozent ist dass ihr auf die äh startseite von youtube kommt und damit das müsst ihr euch einfach mal auf der zunge zergehen lassen euer video erscheint auf der startseite von youtube und wir haben ich glaube mittlerweile 85 millionen 80 82 83 millionen bürger in deutschland selbst wenn nur ein zehntel davon auf youtube geht und das sieht und sich dafür interessiert dann wisst ihr was los ist also das ist ganz ganz wichtig so das war punkt 6 punkt 7 haben wir nutze das kostenlose browser addon mit iq vision für youtube mein lieben es ist ein kostenloses addon was letztendlich die daten von youtube abgreift und euch dann wenn ihr beispielsweise wie ihr das jetzt hier seht auf meinem kanal wo er dann diese diese einblendung hier bekommt ihr könnt hier dann entsprechend euch das anzeigen lassen beispielsweise wie viele aufrufe hatte ich in den letzten 60 minuten wie viele views hatte ich in den letzten 48 stunden ja wie wie sind die short views also short videos mache ich ja gar nicht wie sind die views generell momentan bei 4400 in den letzten sieben tagen wie viel watch time wurde geguckt 18.300 in den stunden wohlgemerkt in den letzten sieben tagen da fällt mir noch was ein zur watch time ich hatte damals angefangen und war auch noch in facebook aktiv mit dem mit ja mit dem kanal namen heiko gaming auf facebook und war dort in einer oder wurde dort in eine push gruppe eingeladen das machen manche weil youtube ja als voraussetzung euch sozusagen sagt dass ihr 4000 stunden den watch time benötigt unter anderem um eben dann in dieses jpp programm also in das youtube partnership oder youtube partner programm genau aufgenommen zu werden sofern ihr dann natürlich auch die abonnenten von 1000 habt braucht ihr auch diese 4000 stunden und diese push gruppe habe ich relativ schnell wieder verlassen weil ihr seid erstens mal dann in der verpflichtung euch auch youtube videos von anderen kanälen anzugucken dann habt ihr nicht die sicherheit wurden denn auch von meinem gaming kanal auch videos angeguckt der man kann ja viel behaupten auf facebook ob man das gemacht hat oder nicht ich habe bei v rising beispielsweise gemerkt im early access dass ich da so viele so viel so einen großen zuwachs bekommen habe dass ich auf diese push gruppe nicht mehr angewiesen war und ich habe das glaube ich zwei oder drei monate gemacht mir war es zu anstrengend ehrlich gesagt ihr braucht das auch nicht nur falls ihr euch wegen der watch time irgendwie sorgen macht braucht sich keine sorgen machen wenn der wenn das thumbnail ansprechend ist wenn eure mimi wenn ihr wenn ihr authentisch einfach bleibt beim video machen wenn wenn es einfach unterhaltsam ist ihr euch selber einfach gerne auch euer video anguckt dann geht das so schnell dass ihr auf so eine push gruppe nicht angewiesen sein so wie gesagt dieses addon kann ich sehr empfehlen bindet sich dann automatisch bei youtube ein und dann habt ihr hier einfach so eine grobe übersicht auch hier subscribers da seht ihr jetzt 1013 und hier seht ihr 1010 und denkt euch das kann ich euch erläutern ich habe es nämlich auch nicht kapiert youtube reduziert die nein youtube also ich habe reell meine stimme ich habe reell jetzt gerade 1013 abonnenten youtube bricht das aber runter mit aus folgendem grund dass youtube nicht möchte nachdem ja diese abonnentenzahlen in echtzeit euch angezeigt werden youtube möchte nicht dass hier jetzt im grunde die 1013 steht und wir sind letztendlich wo wir doch meistens immer dieses fenster offen haben oder der content creator wie ihr ja dann auch einer seit youtube möchte nicht dass wir da durch irgendwo in eine stress situation kommen beispielsweise wenn jetzt blöd gesagt auf einmal 100 abonnenten abspringen und nicht wieder unter die tausender marke rutscht oder oder im grunde dass der genaue die genaue abonnentenzahl einfach nicht angezeigt wird um den content creator nicht zusätzlich irgendwo hier in eine drucksituation zu bringen ich finde es ganz praktisch wie gesagt auf dem gaming kanal als solches im internet steht nur die gerundete abonnentenzahl das geht sozusagen in 10er schritten also wenn ich jetzt von den 1013 abonnenten die ich aktuell habe auf die auf die 20 komme dann habe ich hier eben 1020 stehen aber wie gesagt der der reelle die reelle abonnentenzahl wird euch in einmal in youtube studio da kommen wir jetzt gleich dazu wird euch angezeigt oder auch hier über dieses vidiq vision for youtube über dieses addon seht ihr eben genau wie viele abonnenten ihr derzeit habt so punkt 8 schalte deinen adblocker für youtube aus oder deinstalliere ihn vollständig mein lieben ihr wissen alle youtube finanziert sich durch werbung wenn ihr ein wenn ihr diesen meilenstein von 1000 abonnenten erreichen wollt dann würde ich euch empfehlen dass ihr diesen adblocker komplett deinstalliert ihr könnt zwar auch für youtube als solches den adblocker deaktivieren ich habe ihn mir komplett runter gehauen weil ich denke mir wenn ich mir auch andere videos anguckt von content creator die einfach hier natürlich auf die gewissen werbe clips auch angewiesen sind um wenigstens ein bisschen was zu verdienen dann gönne ich das denen und schaue mir den werbeblock an und genauso im umkehrschluss möchte ich natürlich auch wenn man sich bei mir videos anguckt dass der adblocker einfach ausgeschaltet wird jeder weiß dass ich jetzt sehr lange gebraucht habe um an diese 1000 abonnenten zu kommen und ich sag mal die eingeschworene community die ich irgendwo hier auch habe die gönnt mir das auch und die machen ihn hier aus oder nutzen ihn erst gar nicht das ist euch überlassen auf jeden fall ist ganz wichtig wenn ihr youtube content creator seid oder werden wollt dann ist der nutzen eines adblockers für youtube für euch verboten dadurch kann euer kanal gesperrt werden dadurch könnt ihr auf jeden fall von youtube eine verwarnung bekommen das sollte das sollte euch bewusst sein wenn ihr inhalte produzieren wollt wenn ihr irgendwann auch youtube partner werden wollt dann muss dieser adblocker deaktiviert mindestens deaktiviert am besten deinstalliert werden dann haben wir punkt 9 nutze youtube studio ein geiles tool ihr habt es auch wenn ihr über den google app store könnt ihr auch entsprechend youtube studio euch aufs handy die app holen macht im grunde nichts anderes ist ein super geiles tool dass ihr wenn ihr beispielsweise wenn ich das hier mal auffüren kann ich euch das kurz mal zeigen ihr habt dann die analytics und das ist natürlich auch beeinflussend sage ich mal ja am anfang also ich muss mittlerweile fast ich schaue leider jeden tag auf es ist es tut mir leid es ist es ist schon man man nutzt dieses tool wir können wir können aus diesem tool unglaublich viel informationen rauslesen neben den kanal aufrufen neben der wiedergabe zeit neben dem kommentaren neben dem nutzungsverhalten eurer community ihr könnt ihr unglaublich viel rausziehen ihr seht jetzt letztendlich auch was mein geschätzter umsatz momentan ist ich habe das kein problem damit wenn ihr das seht dass es eben wirklich nicht viel ist und wie gesagt über den schwellenwert von youtube hatte ich euch ja schon bei dem gewinnspiel darauf aufmerksam gemacht alles was unter 70 euro ist behält streicht youtube für sich ein alles was über diesen schwellenwert von 70 kommt ist dann sozusagen euer reiner netto gewinn gestaltet sich so und ihr habt dann natürlich hier es werden eure gefolgreichsten inhalte angezeigt es wird die durchschnittliche wiedergabedauer angezeigt alles ganz statistisch auf aufgedröselt ihr könnt die inhalte hier abrufen im grunde welche wichtige momente für die zuschauer bindung ihr könnt eure zielgruppe euch angucken wo kommen die leute her teilweise also da will ich euch jetzt gar nicht zu viel sagen ich kann nur so sagen dass das tool für auch für das handy fürs android oder für apple oder so ist super und ist ein ein toller wegbegleiter über dieses über dieses tool könnt ihr auch beispielsweise wenn ihr vor ein paar tagen videos einfach jetzt mal nur auf youtube hochgeladen habt und noch keinen direkten veröffentlichungstermin sozusagen festgelebt habt ihr könnt über dieses tool auch den veröffentlichungszeitpunkt ändern also sagt ach jetzt möchte ich aber doch dass das video irgendwie früher an den start geht und ihr könnt natürlich auch und das bietet euch dieses tool auch dass ihr genau seht wann eure community wann eure zuschauer sich videos bei euch angucken ihr habt dann wie einen stundenplan von montag bis freitag von 0 bis 0 uhr und seht dann genau alles klar um 18 uhr das sind dann so farbige balken die euch sozusagen signalisieren in dieser zeit drauf zeitspanne von bis habe ich meine meisten besucher das wird sich dann so einpendeln je nachdem wie ihr auch arbeitet wie eure community arbeitet wo eben die meisten zuschauer dann sozusagen in youtube aktiv sind und dann solltet ihr diesen zeitpunkt auch genau nutzen wo euer video sozusagen veröffentlicht wird dass ihr da schon mal eine große bandbreite von zuschauern sozusagen ja da noch verleitet dass die sich inhalte von euch angucken können ja so dann habt ihr auch über youtube studio oder über das studio wenn ihr die app benutzt an eurem handy habt ihr auch die möglichkeit dass sie euch quellen anschauen könnt die eure community interessiert die eure zielgruppe interessiert das sind dann kanäle die in dieser app aufgelistet werden da steht da meistens eure zuschauer interessieren sich auch für und dann werden die kanäle aufgelistet das sind natürlich meistens große youtuber ähm die dann auch schon im zweistelligen ähm ne im fünfstelligen abonnenten bereich sich angesiedelt haben die natürlich top videos machen die unter umständen auch eventuell einen partner mit an bord haben aber das macht ja nichts weil ihr seht dort im grunde es ist eine hilfestellung für euch was sich eure zuschauer angucken und ihr könnt euch daraus ja auch wieder ein paar erkenntnisse irgendwie fischen dass ihr seht okay der hat das so und so gemacht okay das werde ich bei meinem nächsten video zum beispiel mal beachten so dann haben wir punkt 10 social blade ist eine coole seite die zeige ich euch auch da könnt ihr unter social blade.com könnt ihr euch sozusagen euren steht dann hier oben irgendwo enter youtube user name da gebt ihr euren kanal namen ein und dann wird das sozusagen aufgelistet und dann seht ihr im grunde hier wären wir jetzt youtube partner beispielsweise gutes bin ich jetzt in dem sinne würde hier sozusagen ungefähr dieser schätzbare wert was ihr verdienen würdet ja oder könntet wird euch angezeigt und ihr habt auch und das ist eigentlich viel mehr das interessantere diese ränge hier oben das ist ja weiß ich nicht ob man da jetzt so stark darauf achten muss ich achte da jetzt eigentlich eher nicht so drauf aber was zum beispiel sehr interessant ist ist der sind die zukunftsprojektionen wenn ihr darauf klickt auf future projections was sind das jetzt hier sind wir jetzt richtig ja dann wird wird euch sozusagen hier angezeigt ja wie sozusagen statistisch gesehen wie eure abonnentenzahlen sich beispielsweise in der zukunft verändern können ja und dann seht ihr in zwei monaten habe ich angeblich 1148 abonnenten in acht monaten bin ich schon bei 1500 abonnenten das ist natürlich das sind natürlich alles schätzungen ja das wird natürlich auch viel beeinflusst ja von von äußeren faktoren ob da ob eure videos möglicherweise schlechter werden oder euch ein paar zuschauer einfach wieder abhauen also das ist so sage ich mal im best case würde es sich eben so gestalten und da habt ihr dann immer so eine so eine richtung wo ihr sagt da cool in keine ahnung in zwei jahren und sechs monaten habe ich fast 3000 abonnenten oder könnte ich 3.000 abonnenten haben und das macht echt spaß und da seht ihr dann letztendlich auch hier diesen grafen future subscribers vor haiku gaming ja wann ich angefangen habe bzw wann ich partner geworden bin hier und könnte dann entsprechend hochgehen und das ist sehr interessant sage ich und es hat sich lustigerweise bewahrheitet bei mir wo ich vor ein paar monaten immer mal wieder drauf geguckt habe der hatte mir dann gesagt so dass ich so so ende april anfang mai an die 1000 abonnenten kommen und sowas also es scheint zu funktionieren und ihr könnt auch beispielsweise wenn ihr einen einen vergleichskanal hättet ob es jetzt ein zweitkanal von euch ist oder ob es ein fremder kanal ist beispielsweise könnt ihr hier oben compare steht das hier da könnt ihr das anklicken dann gebt ihr den zweitkanal ein und dann wird sozusagen euer kanal mit dem anderen kanal verglichen seht dann hier zwei kurven und dann könnt ihr auch immer so abschätzen alles klar der bei dem läuft es da und da besser schaue ich mir doch vielleicht mal ein paar videos an was hat denn der besser gemacht oder was hat denn der anders gemacht also das ist kann ich auch sehr empfehlen so letzter punkt punkt nummer elf ist der wichtigste punkt von allen hört nicht auf zu träumen damit ist eigentlich alles gesagt ich habe vieler vieler orts oder von vielen leuten teilweise auch leider aus meiner familie immer wieder so gehört ah das brauchst du nicht und das spielratz und du spielst ja bloß und da wird man kein geld verdienen und das ist ja totaler käse ganz ehrlich scheiß da drauf scheiß da drauf ignoriert es egal ob es von der familie kommt egal ob es von freunden von bekannten von wem auch immer bleibt in diesem tunnel räumt ja räumt wenn ihr fokussiert bleibt wenn ihr egal was andere sagen ihr macht einfach weiter ihr macht einfach weiter und letztendlich meine lieben ist es genau das gleiche wie wenn wir uns jetzt selbstständig machen würden ja jeder weiß dass der sich selbstständig gemacht hat dass es am anfang einfach wahnsinnig schwierig ist und dass man am anfang natürlich auch wahnsinnig hohe ausgaben hat und dass ich erst nach ein paar jahren das irgendwo rechnet das einfach mehr in die kasse kommt als das was wir ausgeben ja und wir dann entsprechend auch einen gewinn verzeichnen also lasst euch da bitte nicht von den anderen schlecht machen bleibt fokussiert ich denke immer es gibt da so einen coolen spruch am anfang sagen die leute dass sie es ungefähr doof finden was ich mache und am ende fragen sie mich wie ich es geschafft habe also er ist ein bisschen anders aber es ist es ist der gleiche kontext bleibt einfach dabei hört nicht auf zu träumen wenn ihr in gedanken einfach habt das möchte ich ausprobieren und das macht es einfach macht es einfach ihr werdet auf jeden fall belohnt werden da bin ich mir ganz sicher so meine lieben das waren meine elf tipps für euch für angehende youtube content creator oder welche dies vielleicht schon machen und es einfach nicht so rund läuft oder sie es einfach gerne besser machen möchten ich bin absolut immer noch in der lernphase drin ich lerne einfach immer wieder dazu und ich bin natürlich für eure fragen da wenn ihr irgendwo fragen habt auch was die programme angeht und so ich kann wirklich beim bestenfalls ich kann Photoshop sehr empfehlen ich kann aber auch Adobe Premiere Pro sehr empfehlen das muss euch vielleicht irgendwo es muss es euch wert sein dass sie dafür letztendlich ein Abo abschließt wo er monatlich 25 Euro zahlt also das zahle ich jetzt momentan und dann habt ihr eine solide Software dann habt ihr eine zukunftsweisende Software dann habt ihr eine Software die immer wieder aktualisiert wird wo immer wieder neue Features dazu kommen die euch das Leben auch so ein bisschen leichter machen im Umgang mit den Tools und da habt ihr einfach was ganz tolles ein tolles Werkzeug für eure YouTube Videos so meine Lieben das war's ich hoffe dass euch diese elf Tipps weitergebracht haben wenn ihr Fragen habt bitte unten in die Kommentare einfach reinschreiben sie werden beantwortet natürlich ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch jetzt egal was ihr macht egal wo ihr seid einfach eine fantastische Zeit bis zum nächsten Mal macht's gut Ciao